Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu dieser wunderschönen Serie mit Wir interagieren mit den Large Language Models, die auch Bilder generieren können übrigens und ja, heute geht's genau um die. Ich muss hier ganz kurz vorweg was sagen. MidJourney ist ein Beispiel für so ein bildgenerierendes neuronales Netz. Im Hintergrund läuft eine Variante von GPT und daraus werden dann eben diese Bilder gebaut, die wir hier auch sehen können. Ich benutze das Tool jetzt schon seit einer Weile und es kostet was. Das ist keine Werbung für MidJourney. Ich möchte euch deswegen hier ganz kurz Alternativen zeigen. Wenn ihr bei Bing auf Bilder geht, also das ist jetzt wirklich bing.com und dann geht ihr hier auf Bilder und dann auf Erstellen, könnt ihr selber Bilder erstellen. Das funktioniert mittlerweile, es gibt nur dieses nervige Ding mit den Boosts, die quasi festlegen, wie viele Boosts ihr habt und ihr könnt hier Kunststile wählen, ihr könnt alles mögliche mitmachen. Ihr seht hier einige Kreationen und ja, das ist im Endeffekt die Microsoft-Variante davon, die offizielle. Es gibt selbstverständlich immer noch DALL-E oder DALL-E. Ja, DALL-E ist, es tut mir leid. Wer vielleicht diesen Dialekt kennt, der darf das gerne mal in die Kommentare schreiben. DALL-E oder DALL-E ist ein Netz, das quasi eins der ersten bildgenerierenden neuronalen Netze war und ist auch von OpenAI. Ist quasi also sowas wie Chat-GPT für Bilder gewesen. Es war das erste und auch wahrscheinlich das berühmteste und ja, ist halt von denen verfügbar. Da kann man aber nur ein paar wenige Bilder pro Monat generieren. Bei Bing hat man diese komischen Boosts, die man sich erarbeiten kann. Wenn man Microsoft-Dienste benutzt, finde ich super nervig. Ich brauche es tatsächlich so häufig, dass wir lieber dafür zahlen. Also wir benutzen die halt auch als Thumbnails oder eben Editing. Das hier kennt ihr vielleicht als Thumbnail von meiner Seite. So, unter labs.openai.com findet ihr dann aber auch DALL-E, was im Endeffekt auch eine Art Bild, oder was heißt eine Art? Es ist im Endeffekt auch eine bildgenerierende KI und man kann auch Bilder hochladen, um sie zu editieren, etc. Also man kann hier wirklich genau quasi dasselbe machen. Und dann gibt es ja sogar noch Stable Diffusion. Genau das hatte ich ja sogar schon mal vorgestellt auf dem YouTube-Kanal hier bei mir. Wie ihr das quasi sogar mit Web-UI, also mit einer grafischen Oberfläche, verwenden könnt. Ich habe dort in einer sehr frühen Version, also diese Bilder würde wahrscheinlich jetzt niemand mehr generieren. Aber in einer sehr frühen Version hat das auch schon funktioniert. Und ja, davon gibt es mittlerweile einige Abwandlungen, die könnt ihr euch auch ansehen. Das hier ist also definitiv nur ein Beispiel. Ich persönlich nutze aber mit Journey wahrscheinlich am meisten mit Abstand. Und kann euch deswegen für dieses Tool am meisten sagen. Deswegen würde ich hier tatsächlich auch mal dafür sprechen. Speziell zum Mid-Journey müsst ihr allerdings wissen, es gibt auch eine kostenlose Variante. Da habt ihr einige freie Erstellungen von Bildern, die könnt ihr dann auf dem Server machen. Relativ schnell seid ihr da aber out of Bilder, die ihr generieren könnt. Deswegen ist das wahrscheinlich mit der Paid-Variante dann doch einfacher. So, wir wollen uns hier einmal ganz kurz angucken. Also der grundlegende Teil ist eigentlich, dass es ein Discord-Bot. Bei anderen macht ihr das halt über eine Web-Oberfläche. Im Grunde funktioniert es relativ ähnlich. Nur, dass ihr später nicht verwirrt seid, was ich hier mache. Wenn man hier Slash-Imagine macht, dann kriegt man quasi Zugriff auf dieses Prompt. Das heißt, ich kann ein Prompt eingeben und darauf basierend wird mir dann ein Bild generiert. Und dieses Prompt kann ich mir natürlich hier wieder frei raussuchen. In dem Fall war das Prompt Professor Talking to a Robot, Cyber, Modern, Clean, Artistic, minus minus AR16 zu 9. Und ja, das war im Endeffekt von mir generiert, den Pfeil hier kennt ihr vielleicht auch. Man bekommt immer vier Bilder, das hat sich mittlerweile so eingebürgert, das passiert bei Bing auch. Vier Bilder, die diesem Ding hier ungefähr entsprechen, die werden gebaut. Und dann könnt ihr hier sagen, okay, ich hätte gerne entweder abgescalete Varianten, also quasi höhere Auflösung, weil diese Auflösung ist jetzt nicht besonders hoch. Dann bekommt ihr hier eine höhere Variante. Oder ihr könnt sagen, ich möchte gerne Variation von diesem einen Bild haben, also zum Beispiel von dem vierten hier. Oder ich möchte das erneuern und quasi vier neue Varianten bauen. Oder ich möchte hier ein Light Upscale Redo machen und so weiter und so fort. Also ihr bekommt hier quasi Optionen, was ihr dann später mit den Bildern machen könnt. Das ist relativ mit Journey eigen, sag ich mal. Genauso eigen ist, dass ihr eine Version angeben könnt. Mit Journey arbeitet mittlerweile oder zu diesem Moment, wo ich das Video aufnehme, gerade mit Version 5, die ziemlich cool aussieht. Ich zeige euch das mal. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Prompt hier und sage, ein Close-Up eines Computer Science YouTubers mit einem schwarzen Hoodie und einem Vollbart. Seht bitte oder achtet bitte darauf, dass ich hier Kommata eingefügt habe zwischen den einzelnen Merkmalen. Das wird nachher noch wichtig und das funktioniert auch für Chat-GPT super gut. Also man kann hier auch Sätze schreiben, wie man es bei Chat-GPT gewohnt ist. Das kann die KI verarbeiten, aber man braucht es nicht. Das sind im Endeffekt die Keywords, die ich gerne drin unterkriegen würde. Und manchmal werden diese Keywords auch einfach eiskalt ignoriert. Das funktioniert ziemlich zuverlässig. Jetzt kann ich hier die Version einstellen, kann einfach sagen, minus minus V und dann 5. Und dann bekomme ich die fünfte Version von diesem Mid-Journey-Bot. Sprich, im Hintergrund arbeitet der dann oder ist der mit der KI verbunden. Die baut mir dann quasi Ausgaben und der Mid-Journey-Bot baut das dann alles wieder als Bild zusammen und postet mir das in Discord. So, da haben wir auch schon die ersten Ergebnisse. Wichtig an der Stelle ist schon fast, dass man so ein halbes Kunststudium hinter sich hat, damit man die Adjektive hier verstehen kann. Das hier war jetzt ein relativ einfach beschriebenes Bild und es kommt halt das raus, was ich gesagt habe. Ich kann aber genau dasselbe Prompt hier nehmen und kann hier natürlich einen Haufen Adjektive reinbauen, die das Ganze noch besser beschreiben. Zum Beispiel Green Lighting ist an sich kein Adjektiv, aber ihr versteht, das Ambiente oder Cyber Ambience. Das sind alles so Sachen, die relativ gut innen drin funktionieren. Aber auch solche, wie sage ich das nett, kunstgeschichtlichen Dinge, sowas wie, keine Ahnung, Surrealismus oder sowas, können hierbei helfen. Ich zeige euch mal, wie das danach aussieht. Und so, allzu viel Varianz wurde da jetzt nicht reingebaut durch den Surrealismus, also surrealistisch ist das definitiv nicht. Aber es ist zumindest mal, hui, das lädt lange, ist zumindest mal anders. Es ist dieses grüne Lighting, ja. Man kann jetzt zum Beispiel aber auch noch anfangen mit Cinematic Lighting und so weiter und so fort. Und das ist das, was ich jetzt mit euch in den Videos besprechen wollen würde zu Mid-Journey. Ich würde trotzdem hier erstmal abwarten, was ihr dazu sagt. Wenn ihr sagt, ey, mach lieber mehr was anderes oder hast du das schon mal vorgestellt, dann mache ich das zuerst. An der Stelle vielleicht ganz kurz an die Leute, die bisher geguckt haben. Es gibt noch einige Techniken, die ich euch zu ChatGBT vorstellen kann. Es gibt auch einige Paper, die ich in letzter Zeit gelesen habe zu dem Thema. Allerdings, also generell zu diesem, wie baue ich eigentlich einen Prompt, allerdings sind die extrem spezifisch und wahrscheinlich nicht unbedingt für jeden Use Case nützlich. Also für sehr wenige Use Cases, um genau zu sein. Deswegen habe ich jetzt hier mal ein Video zu Mid-Journey gebaut und euch da mal eine kleine Einführung gegeben. Bei Mid-Journey habe ich deutlich mehr Optionen. Sprich, ich kann hier auch noch sowas wie die Aspect Ratio einstellen, also welches Seitenverhältnis mein Bild hat. Oder ich kann eben auch additives Prompting euch mal vorstellen. Ich kann euch aber auch noch einen Haufen, Haufen andere sehr fortgeschrittene Sachen vorstellen. Und wir gucken erstmal, wie sich das mit ChatGBT weiterentwickelt, weil die kriegen ja auch ständig Updates. Zum Beispiel warte ich noch immer auf dieses Update, dass Bilder verarbeitet werden können. Dementsprechend würde ich eigentlich ganz gerne mit euch das machen und danach wieder auf ChatGBT umsteigen. Wenn ihr aber sagt, ey, reicht mal langsam, mach mal wieder Mathe oder so, dann sagt ihr mir da auch Bescheid und wir pausieren das hier einfach. Das kann man ja jederzeit wieder aufnehmen. Vielleicht machen wir dann einfach eins pro Woche oder sowas. Gebt mir da bitte einmal ganz kurz Feedback und ja, würde mich mega freuen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.